Hey ihr Lieben, ich bin Rosa und in meinem Talk im Business Mama Summit geht es um das Thema raus aus dem System, rein in die Freiheit und ich spreche darüber, wie auch du das schaffen kannst, dein eigenes Business aufzubauen und als Hebel zu benutzen, um dir wirklich ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu kreieren für dich, für deine Kinder, für deine Familie. Und ja, du erfährst einfach, wie du konkret Schritt für Schritt vorgehen kannst, um dir dein eigenes Business aufzubauen, was meine größten Learnings in meinem Weg, in meiner Reise, in meiner Geschichte waren und was ich dir als Tipp mitgebe, wenn du jetzt loslegen möchtest. Also, ich freue mich, wir sehen uns beim Business Mama Summit.